Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Kronbacher. Gute und herzlich willkommen zum heutigen Mediengespräch. Diesmal anlässlich unseres letzten Hinrundenspiels geht gegen SC Paderborn am Samstag um 13.30 Uhr auswärts. Vor Fans, wenn auch nicht ganz so vielen, mit 2G und auch mit unserem Cheftrainer Thorsten Lieberknecht. Und an den könnt ihr jetzt gerne eure Fragen stellen. Michael Maxen, Hedra, die FFH. Ja, hallo Herr Lieberknecht. Vielleicht vorab nochmal, so aus der Trainingswoche sind alle soweit fit und gesund und munter für das Spiel am Samstag. Ja, sogar, dass Fabi Schnellhardt wieder ins Training eingestiegen ist in dieser Woche. Schneller als erwartet, quasi wieder zurückgekommen und hat seine ersten Gehversuche gemacht. Aber keine Option natürlich jetzt für das Spiel gegen Paderborn. Aber uns freut, dass er wieder auf dem Platz steht. Wir haben Matze Bader, derjenige, der hier mit einer Gehänderschütterung aus dem Düsseldorf-Spiel rausgekommen ist. Da ist es so, dass er kein grünes Licht bekommen hat. Ihm geht es wieder besser, hat keine Kopfschmerzen mehr. Aber das hat sich in der Woche eben halt so herauskristallisiert. Er muss auch aufgrund meiner Kopfverletzung auch verschiedene Parameter erfüllen. Da ist es einfach so, dass er jetzt von den Ärzten kein grünes Licht bekommen hat. Aber ihm geht es soweit gut wieder und er fühlt sich auch wieder besser. Aber er wird jetzt für Samstag keine Option sein. Ansonsten sind alle anderen, ja, alle einsatzfähig. Wie haben Sie denn so die Trainingswoche erlebt jetzt? Nach dem Spiel gegen Düsseldorf, wie waren die Jungs so drauf? Wie war so die Stimmung? Mussten Sie da jetzt so ein bisschen Aufbauarbeiten auch mal betreiben? Oder waren die sofort wieder positiv und haben nach vorne geschaut? Wie haben Sie die Mannschaft jetzt erlebt in den Tagen? Ein Stück weit ein bisschen wütend einfach. Das ist klar. Nach dem Spiel immer eben halt auch ein kurzer Moment der Niedergeschlagenheit. Was dazugehört, wäre komisch, wenn man ein Spiel verliert und sich trotzdem freut. Also da waren wir schon alle auch kurz niedergeschlagen. Aber wir haben das sauber abgearbeitet. Wir haben Sequenzen aus dem Spiel gezeigt, die uns wichtig waren. Vor allen Dingen auch die zweite Halbzeit nochmal gezeigt, weil wir da ja eine Vielzahl an Torchancen hatten. Ich glaube auch, wenn wir nach drei Minuten den Kopfballtreffer von Klaus in Führung gehen, dass wir das Spiel gewinnen werden. Da bin ich von überzeugt. Nichtsdestotrotz, haben wir ja aber auch schon gesagt, ohne jetzt zurückzublicken, war es auch ein Gegner, der an dem Tag einfach in dem einen oder anderen Moment ein Ticken besser war, muss man anerkennen und dann auch für uns abhaken. Aber es gab ein paar wichtige Szenen, die mir wichtig waren, einfach auch nochmal im Defensivverhalten, was wir letztendlich jetzt besser machen wollen. Und dann habe ich die Mannschaft so erlebt, jetzt in der Trainingswoche. Wir haben immer kurze Spielformen gewählt. Wir haben Spielformen gewählt, wo wir viel in Zweikämpfe reinkommen. Da war es so, dass eine gute Intensität drin war. Und die Jungs dann auch durch das Spielen dann halt auch wieder vergessen haben und sich dadurch eben halt auch vorbereiten sollen auf den nächsten Gegner, SC Paderborn. Genau, dazu hätte ich noch eine Frage. Dann übergebe ich gerne an die Kollegen der Klaus Ciasula. Mit dem hatten wir unter der Woche gesprochen. Und der hatte gesagt, er erwartet gegen Paderborn ein ekliges Spiel. Erwarten Sie das auch? Von uns, ja, ja, erwarte ich das. Definitiv, dass wir das eben halt auch zeigen, dass wir ein ekliger Gegner sind. Und der Klaus kennt sich natürlich bestens aus in Paderborn. Er hat große Erfolge dort gefeiert. Ich denke, dass Sie ihn sehr herzlich empfangen werden. Aber so wie wir den Klaus auch kennen, wird er dann auf dem Platz versuchen eben für seine Farben dann das Bestmögliche rauszuholen. Aber es ist ein interessanter Gegner, glaube ich. Es sind zwei interessante Mannschaften, die ja gerade was die Offensive angeht schon auch ihre Stärke hat. Oder ihre Stärken haben. Also von daher wieder eins dieser interessanten Spiele, die man eigentlich von Woche zu Woche hat in der zweiten Liga. Gut, Michael Maxen hat hochoffiziell das Zepte übergeben. Wer nimmt es? Jan Felber, Darmstädter Echo. Ja, hallo aus meinem kleinen Homeoffice. Hallo. Paderborn, Sie haben es schon gesagt, eine Mannschaft, die Vierter ist. Darmstädt ist Zweiter, ist allgemein als Spitzenspiel tituliert. Haben Sie gedacht, dass Paderborn tatsächlich dieses Jahr so weit oben stehen kann? Ist das für Sie eine Wundertüte oder war das für Sie erwartbar vielleicht sogar? Hat sich relativ früh herauskristallisiert und gezeigt, dass Paderborn eben mit dem Aufbauenden auf Steffen Baumgartts Fußball, dann mit den ein oder anderen neuen Ideen jetzt von Lukas, zumindest immer eins hat, nämlich eine Strategie, wie man sich zeigen möchte auf dem Platz, wie man spielt und da halt auch eine Sicherheit gefunden hat. Sie haben natürlich gerade am Anfang viele Spiele auch sehr deutlich gewonnen. Wenn man überlegt, in Bremen haben sie, glaube ich, 4-1 gewonnen oder 4-2. Ich bin mir ganz sicher, beim KSC haben sie 4-2 gewonnen, auch viele Tore geschossen. Also das bringt natürlich ähnlich wie bei uns halt auch diese Sicherheit und auch Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, dass es durchaus absehbar war, wenn man das Ganze verfolgt hat, dass der SC Paderborn wieder auf einem sehr erfolgreichen Weg sich befindet. Jetzt haben die mit dem Sven Michel natürlich auch einen Stürmer vorne drin, der sogar noch ein Tor mehr geschlossen hat als die zwei Besten von den Darmstädtern. Natürlich muss man da besonders drauf aufpassen, aber was macht den aus und warum darf man den keine Sekunde aus den Augen lassen am Samstag? Der Sven ist ja Fußball pur. Der verkörpert Fußball pur erstmal. Der rackert, der ackert für sein Team. Scheut es auch nicht, in die Zweikämpfe zu gehen, um den Ball sich zu erkämpfen. Jemand, der halt auch weiß, wann er zum richtigen Zeitpunkt loslaufen soll. Ich mag ihn als Spielertyp. Ich wollte ihn damals auch mal nach Braunschweig holen. Von daher kenne ich ihn so ein bisschen eben auch, was seine Stärken sind. Aber grundsätzlich ist er erstmal eine Type. Und ich glaube, solche Typen muss man mögen, in der Hoffnung, dass sie dann aber kein Tor schießen. Weil das ist ja das, was man einfach nicht mag, wenn sie dann gegen einen spielen. Aber er ist eine Type und ein super Junge. Und ich glaube, der ist zu Recht einer, der in Paderborn geliebt wird, weil er halt was verkörpert. Und das ist erstmal totaler Einsatzwille, gepaart mit Schlitzohrigkeit, gepaart mit Spielwitz und einem sehr guten Abschlussverhalten. Also das muss man neidlos anerkennen und kann man auch mal sagen. Also von daher jemand, der trotzdem auch davon abhängig ist, dass die Bälle dann auch in seine Richtung kommen. Und das ist dann für uns halt auch im Gesamten dann auch wichtig, dass wir das versuchen, da zu unterbinden. Abschließend von mir, ich habe nochmal geschaut, viele Spiele gab es nicht zwischen Darmstadt und Paderborn. Aber wenn, war es immer irgendwie wild. Also war man 6-2 und 3-2 jetzt im März, glaube ich, was so als Wendepunkt der Saison damals ja auch immer beschrieben wurde, trotz aller Widrigkeiten. Der Verein hat es, glaube ich, auch nochmal gepostet heute, die Tore mit Pfosten, Schüssen und zwei Abseits-Toren, die nicht gegeben wurden. Also waren immer wilde Spiele. Erwarten Sie sowas auch ähnlich am Samstag mit zwei richtig offensiv ausgerichteten Teams? Man entwickelt mit jeder Analyse, mit jedem Spiel, was man sich so anschaut vom Gegner, entwickelt man durchaus auch so eine Geschichte, dass das durchaus auch mal ein bisschen wilder, offener werden kann, das Spiel. Aber das ist ja auch das, was die Zuschauer wollen. Also von daher, ich glaube, suchen wir mal unsere heilende Offensive, würde ich mal sagen. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Stefan Kühnlein, Kicker und Liebenblock. Ja, hallo Herr Lieberknecht. Ich wollte mal fragen, Sie haben eben gesagt, Sie haben geguckt, was Sie besser machen können im Vergleich zum Düsseldorffspiel. Was genau wollen Sie denn besser machen im Vergleich zum Düsseldorffspiel? Unsere Chancenverwertung, die war, denke ich, das hat man gesehen, wir haben eine Vielzahl an Chancen gehabt. Natürlich auch mal einen Torhüter, der auch mal was hält. Da einfach wieder mit noch mehr Vehemenz sich zu präsentieren im Sechzehner. Die Torchancen waren da. Im Defensivverhalten sind es eben so Dinge, wie verhält sich der Sechser in der Flankenregion, wie verhält sich die Viererkette, wenn das Feld mal offen ist. Solche Sachen haben wir kurz angesprochen. Sie sind sehr detailverliebt und glaube ich dann jetzt, wenn wir es gerne mal besprechen, im Vier-Augen-Gespräch kann ich das auch mal wieder zeigen, was ich da genau meine. Das ist das, was wir besser machen wollen. Sie haben gesagt, Matze Bader kann nicht spielen, dann ist wahrscheinlich Frank Rahnstadt die erste Option als Ersatz, der ja auch gegen Düsseldorf ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat, oder? Genau. Das kann ich auch direkt sagen. Er wird spielen. Nur die Frage ist, auf welcher Position. Wie sehen denn Ihre Überlegungen für den rechten Flügel aus? Braden hat ja gegen Düsseldorf nicht so einen guten Tag. Sie haben ja relativ viel Auswahl auf dem rechten Flügel auch. Ist da eine Veränderung zu erwarten oder sind im Moment die anderen nicht so nah dran, dass sie da eine ernsthafte Konkurrenz sind? Doch, doch. Das macht das Ganze schon auch schwierig. Also, erstmal ist die Tatsache, dass ich glaube, dass in der ersten Halbzeit nicht alle ihre beste Leistung gezeigt haben, individuell auch. Aber Braden war halt auch trotzdem dann derjenige, der die eine wirklich auch große Torchance mit vorbereitet hat, als er in einer Conte-Aktion von Luca Pfeiffer angespielt worden ist, dann zum Abschluss kam, wo Philipp Tietz dann, da bin ich wieder bei der Wehemenz, den Kopf zwar versucht hat hinzuhalten, aber der lange Fuß dann eben das Tor verhindert hatte. Da war der Braden schon drin. Ich finde, dass der Braden schon immer auch irgendwo ein Aktivposten dann auch ist. Also, er ist schon jemand, der es zeigt dann auch, wenn er den Ball verliert, dass er zumindest auch direkt wieder nachgeht, ins Gegenpressen geht. Also, der finde ich es nicht ganz so schlecht, aber ich möchte auch nicht mehr sagen, dass er immer die besten Entscheidungen trifft an der Offensive, aber das haben viele nicht gemacht an dem Wochenende. Aber was es ganz schwierig macht, ist eben, dass wirklich ein paar Jungs jetzt auch da sind, wo du merkst, okay, ich könnte mal den spielen lassen jetzt, ich kann den spielen lassen, kann den spielen lassen. Und das schwirrt jetzt gerade so ein bisschen bei mir im Kopf rum, durchaus vielleicht auch jetzt die eine oder andere Veränderung zu geben. Aber die muss jetzt nicht unbedingt den Braden betreffen, das möchte ich auch sagen. Ich kann ja nicht alles sagen, was ich da jetzt mache. Schade. Wie sieht es denn aus, wir hatten, Jan Felber hat ja gesagt schon, wir hatten mit Klaus Casula gesprochen, der schon sehr offen eingeräumt hat, dass das ihm Corona länger zugesetzt hat, als er das erhofft hatte und deswegen auch nochmal gegen Aue pausieren musste, weil er einfach körperlich irgendwie so, ja nicht so fit war. Wie weit ist der jetzt aus Ihrer Sicht? Ist der wieder bei 100 Prozent oder braucht er noch ein bisschen? Nein, also ich finde schon, dass er eine gute körperliche Verfassung hat. Ich glaube, das hast du auch gegen Düsseldorf gesehen, ganz zum Schluss, wo er dann auch teilweise aus der Dreierkette rausgespielt hat. Also er hat da keinen, wie ich finde, keinen Leistungsabfall gehabt, was die körperliche Konstitution angeht. Er weiß auch, dass er als Sechser auch nicht das beste Spiel abgeliefert hat mit seinem Nebenpartner, jetzt mit dem Tobi. Wie gesagt, das waren letztendlich einige Jungs, die nicht die beste Leistung gebracht haben. Aber was er alle gezeigt haben in der zweiten Halbzeit, das finde ich und möchte auch nochmal herausstellen schon auch und ich glaube, das haben die Zuschauer auch sehr gut honoriert nach dem Spiel, dass die Mannschaft wirklich wollte und das Spiel drehen wollte und auch in der Lage gewesen wäre, vielleicht bei einem frühen Anschlusstreffer das umzusetzen. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass die Mannschaft, gerade was den körperlichen Zustand angeht, dann auch nicht nachgelassen hatte, sondern einfach parat war. Und so sehe ich das bei ihm beim Klaus. Also ich glaube, er hat ein bisschen gebraucht und wir haben auch eine gute Kommunikation untereinander gehabt, so wie jetzt mit dem Spiel in Aue, dass wir gesagt haben, okay, das ist noch zu früh, aber jetzt sehe ich ihn immer noch in einer guten Verfassung. Alles klar, danke erstmal. Bitte. Weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann danke für eure Aufmerksamkeit und alle, die jetzt nach den Worten unseres Cheftrainers Lust noch auf Paderborn bekommen haben, kurzfristig, denen sei gesagt, Karten gibt es noch bis einschließlich dem morgigen Freitag. Oder den Pulli zu kaufen, der ist jetzt neu im Shop. Und den Pulli gibt es im Shop, richtig. Den neuen Pulli, den habe ich extra angezogen hier für euch. Marketing-Technik, Lilien steht da drauf, da steht nichts anderes drauf, Herr Felber. Das reicht doch, das ist die wichtigste Botschaft. Sieht schön aus. Gut, haben wir auch noch hier Werbung untergebracht? Ich kann es nicht sagen, aber du kannst gerne im Online-Shop nachschauen. Für die Journalie gibt es, wie nennt man das, Rabatt, gibt es Rabatt. Ich sorge dafür. Gut. So, generöser Cheftrainer, unabgestimmt zwar, aber generöser Cheftrainer. Ich glaube, bevor es noch hier weiter ausartet, machen wir Schluss für heute. Also, bis dann. Tschüss. Das war's mit dem Neuesten von den Linien, präsentiert von Kronbacher. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020